Wie sieht die moderne Hochschule in zehn Jahren aus? Ich hoffe doch sehr, dass die Hochschule sich weiter ihrer Tradition bewusst bleibt, es aber nicht als Ballast mit sich umschleift, sondern auch sich neue Gedanken macht, wie wir uns zur Digitalisierung positionieren können. Es geht aber auch nicht darum, Hochschule vollkommen neu zu erfinden, sondern wir brauchen einen Mix aus alten bestehenden Traditionen und neuen Ideen. Das wünsche ich mir!